Na ihr blöde Soldaten, hattet ihr eh, darfst ihr jetzt steigen wie die Mutanten, wa? Sprengfass. Fass statt. Was hier ist, da ist ne, ne, ne Hacker Maschine. Und da ein paar Wissenschaftler. Das würde ich machen. Das wird nicht passieren. Ich halte mich immer irgendwo links oder rechts an der Mauer, bis ich letztendlich hier zurechtkomme. Das bedeutet, dass ich das ganze Komplexe hinwürde. So, das sind die, äh, Krematorier. Aha. Waffen, Forschung und Optronix. Was ist das? Aha. Aha, da haben wir einen Bio-Guten. Greif an. Ja, kämpfe mich, kämpfe zu. Ey, Verräter. So. Da muss ich hier ein Goat reinsetzen. Ist das vielleicht? Ah ja. Experimentales Gas. Aha. Gesäuberte Räume. So. Ist das Ende gegast? Jo. Durfte ich? Oh, ich hab jetzt den Raum vergast. Und, äh, jetzt? Darf ich jetzt heilen? Ne? Schade. Ich wollte nicht nur von den kleinen Biesten noch da holen. Naja, da nicht. Dafür nehm ich ein Auge mit. Da gibt es Schäden, da geht es nicht hin, da geht es dicht, da kann ich nicht hin. Ein bisschen Energie rein tanken, ist immer gut. Ist dicht, da ist dicht, hier ist Owe. Ist tot, hier sind Schrotten. Ich dank Ihnen, mein Herr. Komm ich nicht durch, wie schön. Kommt rein, da kommen wir nicht durch, oder kommen wir jetzt durch? Ne. Oh, wir kommen jetzt hier weg, da. Oh, wir kommen jetzt hier weg, da. Oh, wir kommen jetzt hier weg, da. Oh, da kam ich gerade weg, ja. Wir kommen noch hier hoch. Lerdaten. So, Laboratorium D. Äh. Angriff. Oha. Verfehlt. Fünf neue Betäubungspfeile. Oh, da hat auch noch verfehlt. Oh, da hat auch noch verfehlt. Oha. Dankeschöns. Dankeschöns. Oh. Maschine. Energie. Ah, ich habe etwas aktiviert. Ein blauer Strahl. Oha. Wo bringt mich der blaue Strahl hin? Der hat Spaß. Ah. Na, hier hat auch eine dicke Wummskanone. Und der sagt, Aux 1 von 4 ist aktiviert. Oha. Und das ist alles. Äh. Oh, da habe ich was bekommen. Blitzen nach Krampfe Brechstange. Das erwartet kein Militär. Energie. Ich höre wieder unsere Sona-Runde. So, Sona-Runde ausgeschaltet. Oder Schallhunde. Schallhunde war es nicht so. Schallhunde, ich bin auch wieder im Blatt. So, da haben wir drei von vier betätigt bis jetzt. Nur noch Nummer vier. Da habe ich heute gesehen. Energie. Oh, da hat sich der Wachmann sich lebend aus den Füßen gerotzt. Oha. Gute Kollege. So, dann haben wir alle aufs Kabel angeschlossen. Oder auch das Laser. Oh, jetzt kommt die Kaleiser. Oh, jetzt kommt die Kaleiser. Oh, jetzt geht's mit Ohne Widerstand. So. Gehen wir wieder? Jetzt gehen wir wieder. Jetzt können wir das Feuer machen. Und woops, da habe ich jetzt ein schönes Loch in der Mauer und nicht ein bestimmtes kleines Loch und nicht eine bestimmte dünne Mauer. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Wuppe gemacht, zumindest ist es jetzt, äh, uh, nade-daten. Zumindest hat das Rohr jetzt extra gut gesichert mit geschmolzenem Beton noch drauf. Oh, da gibt es noch eine Wirbelsäule. Wie da wohl verbrannt worden ist? Hallo meine Freunde! Oh, danke Gott! Oh Gott! Geh uns weg von hier, bevor die Militärische Dronen herausfinden, wo wir befinden. Wir haben alle Rätinal-Skanner access. Wenn Sie uns in der Lobby, können wir endlich aus diesem Läbe rauskommen. Ja, aber Sie müssen erst die Surgical-Unit. Das Armer Peter wurde hier auch, äh, ein bisschen sachergacht. Ich sehe auch, wo ich hin muss. So. Fleischmaschinen von, äh, Maschinen von hier, äh, ausgeschaltet. Let's get the hell out of here. Damn, that was a close shave. Let's get the Shuffler-Fall again, hurra! Schifle, hier ist jetzt nicht ganz los. Oh. Gordon you don't mind taking a look do you we'll stay here for a moment I'll cover them Oh Peter line height So Like the army ausschalte So Dachschützen ausgeschaltet. So ich muss noch mal vorsichtig sein. Aber ich würde euch hier noch ein bisschen in die, äh, gelassen habe. Was ich nötig habe. So, ich glaube ich habe den Überfall überlebt. Keine mehr auf die Dächer. Vitaleinheit ist weg. Ich glaube mal besser wohl, weil, äh, ja, Einbahnarmee. Oh, mehr Fügel-Einheiten. Oh, eigentlich schon, ich hab da Bock drauf. Nur zu sehen, nix da auszuführen, ne? Nur sehen. Oh je, jetzt noch. Gesundheit, aber ich bin voll von Gesundheit. Wir laden da an. Hier noch Selbstschuss, den ich überraschen könnte. Ja, ich bin groß militärpräsent, muss ich schon sagen. So, dann jedes Mal, vermute ich da durch den Tunnel. So. Wie geht denn das, äh, explosives Fass um? Ist sicher Premium. Premium Sprengfass. Was? Ui. Schwer zum Gehen. Aber die Körner hat den Olympiansprofessionell getäuscht. Okay. Jetzt ehrlich. So, kommt noch was aus der Umgebung her? Aus dem Auto. So. Ah, wach man tot. Black Mesa Security im Black, äh, hat den Black Mesa nicht überlebt. Da geht nicht runter. Dann würdet wohl weiter durch den Tunnel gehen. So. Lade Daten. Oberflächenspannung. So. 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 Tricks mal Soldaten aus. Dann lass sie immer zum explosiven Fass hinwandern. Oder zum Benzintransporter. Und da sprengt man die Scheiße einfach. Uh, wo sind wir hier? Hier sind wir bei den Staudamm. Oh. 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 Und da, äh, wir, 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 wir schon erwartet. So Durch die Wüste hier wurde, glaube ich, Öl begraben. Aber jetzt verstehe ich, warum die Armee ist. Hier wurde Öl begraben. Na, die haben Öl gefunden. Ist kein Militär, der eigentlich nicht gefunden hat, das ganze Ding hier zu sprengen oder zu kontrollieren. Alles nur, weil die hier gerade was Öl in der Grabe. Jetzt muss ich mal ihr bisschen Vorsicht sein. Jetzt bin ich ein bisschen gegen den Kängel. Hat er selber gespeckt? Nee, nee, nee. Jetzt aber nicht mehr. Einer habe ich gerade auch weggesprengt. So, Öl in der Regie. So, Öl in der Regie. So, Öl in der Regie. Elikopter 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 hochgeschaltet Ah da bin ich schon den WG kaputt geschossen den WG kaputt geschossen Ah da bin ich schon aber da kräscht er hinter irgendwo im Canyon Ob ich verloren oder verbißt er sich nur Na da verbißt er sich nur Faischei Zurück Wann ich kaputt? Ich werde dich vernichten So hier ist ne Zwar mal ne heile Brücke Dann muss ich noch schwimmen dahin Hoffentlich Oh Nö Tische Au 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 So einer ist schonmal weg Na komm schon Den hab ich ja getroffen So den hab ich auch getroffen So den hab ich auch getroffen So ein bisschen so Titan So